Herzlich Willkommen zum Grundlagenvideo Dokumentenrecherche mit Bitfarm Archiv. Mit diesem und den folgenden Videos möchte ich Ihnen einen detaillierten Einblick in die Funktionen und Möglichkeiten der Software geben. In diesem ersten Video stelle ich Ihnen für den Einstieg die Grundfunktionen im Überblick vor. Die weiteren verfügbaren Videos unseres Channels thematisieren dann darauf aufbauende, spezielle Funktionen und Bereiche. Bitfarm Archiv speichert und verwaltet eine Vielzahl von Dokumentenarten, darunter Office-Dateien, PDFs, E-Mails, Papierdokumente, Bilder und Zeichnungen. Dabei kommt eine revisionssichere elektronische Archivierung zum Einsatz, die von den Finanzbehörden anerkannt ist. Viele Dokumente müssen damit nicht mehr im Original aufbewahrt werden. Alle Dokumente im DMS werden vollständig indiziert, sodass der spätere Zugriff dank SQL-Datenbank sehr schnell funktioniert. Die resultierende Zeitersparnis beim Suchen nach Dokumenten und Informationen bei allen Mitarbeitern ist sicher ein Hauptargument für elektronisches Dokumentenmanagement. Bei Bitfarm Archiv bildet das Viewer-Programm oder kurz Viewer das zentrale Werkzeug zum Arbeiten im DMS. Dieser ist als moderne und schnelle Windows-Applikation ausgelegt und bietet Zugriff auf die meisten Funktionen direkt aus einer einzigen Oberfläche, also ohne dass sich weitere Fenster öffnen müssen. Auf der linken Seite des Viewers sehen wir die verschiedenen Ablagefächer für die Dokumente in Form einer Baumstruktur. In der Mitte befinden sich die verschiedenen Such- und Filtermöglichkeiten, darunter dann eine Liste mit den gefundenen Dokumenten. Sobald man auf einen Eintrag klickt, wird das passende Dokument angezeigt, und zwar in der Miniaturansicht mit seinen Seiten, sowie in einer großen Hauptansicht mit der jeweils angewählten Seite. Um ein Dokument besser lesen zu können, kann man einfach mit dem Mausrad hinein und hinaus zoomen. Zusätzlich steht über den Doppelklick ein großes Lesefenster zur Verfügung. Die Aufteilung der einzelnen Viewer-Bereiche ist flexibel anpassbar. Jeder Benutzer kann Größe und Position der Fenster anpassen, der Viewer merkt sich diese und öffnet sich beim nächsten Mal genau so, wie er geschlossen wurde. Auch können Menüs und Funktionen, die nicht gebraucht werden, vom Benutzer oder Administrator ausgeblendet werden. Für eine bessere Übersichtlichkeit, geringeren Schulungsaufwand gerade zu Anfang oder einfach für eine größere Dokumentenansicht. Dadurch, dass die häufig benutzten Elemente direkt über die Hauptmaske, die Tastatur oder das Kontextmenü erreichbar sind, ist mit ein wenig Übung sehr flüssiges Arbeiten möglich. Genau aus diesem Grund hat sich Bitfarm bei der Entwicklung als primären Client für eine echte Windows-Anwendung entschieden und nicht für eine Weblösung, da Web-Anwendungen heute immer noch häufige, kurze Wartezeiten vom Benutzer abverlangen, die bei intensivem Arbeitspensum sehr störend sind. Einen Web-Client gibt es dennoch auch für Bitfarm Archiv. Dies ist aber Thema eines anderen Videos. Der Zugriff auf Dokumente erfolgt über den Baum auf der linken Seite. Hier sehen wir einerseits die Lagerorte, die den Baum untergliedern als Häuser. Darunter sind die Ordner, die sogenannten Archive angeordnet, die die eigentlichen Dokumente enthalten. Diese Baumstruktur stellt also im Groben die Ablagestruktur unseres Unternehmens oder Institutionen dar. Der Benutzer sieht selbstverständlich nur die Bereiche, auf die er auch Zugriff hat. Die Berechtigungsvergabe sowie der Aufbau und die Pflege des Baumes obliegt dem Systemadministrator, der dies mit einem speziellen Bitfarm Archiv-Administrator-Programm durchführen kann. Benutzer können also nicht selbst eigene Lagerorte und Archive anlegen. Dies ist sicher auch nicht wünschenswert, will man mit dem DMS schließlich auch nicht mehr den Wildwuchs fördern, den man ja leider oft nach einer Zeit auf normalen Fileservern findet und der schnelle, zielgerichtete Recherchen unmöglich macht. Um ein Dokument anzuzeigen, müssen wir im Baum wählen, wo sich das gesuchte Dokument befindet. Kennen wir das Archiv nicht, können wir auch darüber liegende Lagerorte oder die Wurzel des Baums wählen. Je nach Einstellung des Viewers werden sofort Dokumente angezeigt, wie wir es zum Beispiel auch vom Windows Explorer kennen. Das erste Dokument in der Liste ist dann gleich in der Darstellung geöffnet. In der Liste sind die Dokumente mit ihrem Namen, dem Erfasser und dem Erfassungsdatum angezeigt. Über den Dokumentennamen erhält man also eine erste weitere Gliederung und Sortiermöglichkeit der Liste, genau wie in einem Windows-Ordner. Damit sind wir mit den Gemeinsamkeiten des DMS mit dem bekannten Windows-Dateisystem aber schon am Ende. Bitfarm-Archiv umfasst neben dem Dokumentennamen eine Vielzahl von Kriterien, Filtern und Suchmöglichkeiten. Es ist im Gegensatz zum Windows Explorer ein Datenbank-gestütztes System. Daher ist die Herangehensweise auch eine andere, weil sich viel mehr Möglichkeiten bieten. Es wird normalerweise, anstatt sich einfach alle Dokumente eines Archivs anzeigen zu lassen, mehr Sinn machen, die Filter- und Suchfunktionen der Datenbank zu nutzen. Dies führt schneller zum Ziel, als das Blättern in langen Listen. Außerdem dürfen so auch die Archive wesentlich mehr Dokumente enthalten, als dies bei einem reinen Dateisystem möglich wäre, ohne dass man Angst haben müsste, ein Dokument würde in der Vielzahl untergehen. Zusätzlich kann auch der Baum relativ schlank gehalten werden, was wiederum viele Mausticks spart und die Verwaltung deutlich vereinfacht. Alle Filter- und Suchmethoden von Bitfarm Archiv stehen auf dem Reiter Suchoptionen und gegebenenfalls als Statusknöpfe zur Verfügung. Diese können in beliebiger Kombination miteinander eingesetzt werden. Es gibt hier Einschränkung bzw. Suche nach Schlagworten, nach Erfasser, nach Erfassungsdatum, Verknüpfung, das heißt Zugehörigkeit zu einer virtuellen Akte, die ein Projekt oder Vorgang darstellen kann, nach Enthaltenem Text, sowie nach weiteren Attributen, die pro Archiv vom Administrator definiert werden können. Diese sogenannten Zusatzfelder gibt es in verschiedenen Ausführungen und können für viele Anwendungsgebiete verwendet werden. Auch die Statusknöpfe fallen unter die Kategorie der Elemente, die der Administrator pro Archiv definieren kann, je nachdem, was sinnvoll ist. Habe ich ein Archiv mit Rechnungen, wären sicher verschiedene Bearbeitungsstatus von Rechnungen, z.B. geprüft und bezahlt sinnvoll, bei technischen Dokumentationen wieder andere, die beispielsweise einen Genehmigungs- und Freigabeprozess unterstützen und dokumentieren. Wie kann man nun diese Möglichkeiten praktisch einsetzen? Suchen wir einmal ein Dokument mit der Option Volltextsuche. Zunächst setzen wir die Viewermaske auf den Ausgangszustand zurück über die Schaltfläche Reset. Wir wollen eine Rechnung suchen. Das Archiv Eingangsrechnungen haben wir schon im Baum markiert, also können wir direkt in den Reiter Volltext springen und nun über den gesamten Dokumenteninhalt suchen, beispielsweise nach der Rechnungsnummer. Ein Klick auf Suchen oder einfach Enter auf der Tastatur löst die Suche aus. Sofort erscheinen in der Trefferliste alle Dokumente, die diese Nummer irgendwo in ihrem Text enthalten. In unserem Fall ist es nur ein Dokument. Es gibt also nur ein Dokument im Archiv Eingangsrechnungen mit dieser Rechnungsnummer. Mit dem Mausrad können wir in das Dokument hineinzoomen und tatsächlich hier steht die gesuchte Nummer. Ein anderes Beispiel. Suchen wir nach einem Artikel. Wir haben vor einiger Zeit einen USB-Stick gekauft, dessen Rechnung jetzt zum Beispiel für eine Reklamation benötigt wird. Ich gebe also in der Suchmaske ein USB und starte die Suche. Es ergibt sich eine große Trefferliste. Offensichtlich haben wir bereits viele Rechnungen erhalten, wo irgendetwas mit USB gekauft wurde. Kein Wunder, in einem IT-Betrieb. Also muss ich meine Suche verbessern. USB-Stick bringt hier nur noch drei Treffer. Schon besser. Damit könnte ich bereits gut leben. USB-Stick 4GB liefert hingegen exakt das gesuchte Dokument. Die Volltextsuche ist die einfachste Möglichkeit der Recherche im DMS und funktioniert dabei genauso einfach wie die Suche bei Google. Je mehr Suchbegriffe wir eingeben können, beziehungsweise je relevanter und eindeutiger diese sind, desto exakter ist unser Ergebnis. Mit Anführungszeichen sucht man nach genauen Wortgruppen. Ein Minuszeichen ist ein sogenanntes Nicht-Wort, welches im Suchergebnis nicht auftauchen darf. Es gibt ebenfalls eine semantische Volltextsuche mit Berücksichtigung von Ähnlichkeiten. Die Volltextsuche ist bei Bitfarm Archiv besonders leistungsstark. Dank der herausragenden Volltextfunktionen der Datenbank MySQL sind hunderttausende Dokumente eines Archivs in ein bis zwei Sekunden durchsucht, ohne dass besondere Hardware notwendig wäre. Das Tolle dabei ist auch, dass der Volltext automatisch ohne Benutzerzutun gebildet wird, selbst bei eingescannten Dokumenten. Dazu verwendet der Bitfarm-Server die genaueste Texterkennungssoftware, die derzeit erhältlich ist. Ergänzt mit weiteren automatisch zur Verfügung stehenden Filtern wie Datumsbereich und gegebenenfalls Benutzer bietet Bitfarm Archiv bereits leistungsstarke und wertvolle Grundfunktionen. Ein mühevolles händisches Pflegen von Suchbegriffen für jedes Dokument wie bei vielen anderen Systemen noch Pflicht kann so stark reduziert werden bzw. gar nicht mehr notwendig sein. Die Zusatzfelder können ebenfalls genutzt werden, um Dokumente zu suchen oder auch um ein Suchergebnis weiter zu filtern. Hier ein Beispiel. Schauen wir uns das Archiv Verträge einmal an. Über das Zusatzfeld Vertragsart können wir gezielt auf die Supportverträge zugreifen. Oder wir können über das Feld Vertragsdatum nach allen Verträgen suchen, die zwischen 2008 und 2009 abgeschlossen wurden. Auch Kombinationen sind möglich. Hier einige Beispiele. Wir können auch die Volltextsuche noch hinzunehmen, um zum Beispiel alle Leasingverträge der Firma Meier auf den Bildschirm zu rufen. Die kleinen grünen Knöpfe hinter den jeweiligen Eingabemöglichkeiten bedeuten übrigens logisch nicht. Hier also alle Verträge, die nicht 2010 abgeschlossen wurden. Filtern wir auch einmal über den Status. Hier wieder am Beispiel der Eingangsrechnungen. Der Administrator hat hier die Knöpfe geprüft, freigegeben und bezahlt angelegt. Uns interessieren alle Rechnungen, die freigegeben wurden, aber noch nicht bezahlt sind. Wir klicken einmal auf Freigegeben, der Knopf wird grün, das bedeutet logisch Ja. Wir klicken zweimal auf Bezahlt, der Knopf wird rot, das bedeutet logisch Nein. Jetzt starten wir wieder unsere Suche. Auch dies lässt sich jetzt natürlich beliebig mit den weiteren Elementen kombinieren. Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und erlauben eine Vielzahl von unterschiedlichen Filterungen der Dokumente und Informationen. Eine Schlüsselfrage bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems ist, welche Informationen zu den Dokumenten erfasst werden müssen, welche Nice-to-have sind und welche Dinge möglicherweise überflüssig sind und nur unnötigen Pflegeaufwand produzieren. Daher gilt es in der DMS-Planung, für jeden Dokumententyp die gestellten Anforderungen, unterschiedliche Meinungen, Vor- und Nachteile abzuwägen und eine gute Lösung zu finden, wobei die weitere Optimierung ein stetiger Prozess ist, der auch nach der Software-Einführung weitergeht. Nutzen Sie dazu unser Know-how aus vielen Projekten, damit elektronisches Dokumentenmanagement auch in Ihrem Haus ein Erfolg wird. Bis hierher danke ich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!